Und wir sprechen jetzt das riesenfette Ding hier an, weil ein Team, was hinten links auf deiner Schulter sät und steht, den Elefanten im Raum. Wie fühlt sich so ein Sieg an? Erzähl mal. Nicht gut. Nicht gut. Wirklich nicht. Also das ist so bittersweet. Ich war auch bei Kutsch im NFL-Radio am Sonntag und durfte die Szene da auch schon erklären. Das ist halt, so willst du als Cowboys-Fan kein Spiel gewinnen, hast du es gewonnen, ist natürlich wichtig für Seeding und so, vor allem weil die Eagles verloren haben. Aber am Ende des Tages ist das wirklich ein Sieg, der einfach dieses Spiel überschattet, wo wir wirklich sagen, es war einfach ein geiles Spiel. Also von beiden Quarterbacks, auch gut gespielt, der hat wieder Bälle geworfen, wo ich wirklich zu Hause an die Decke gegangen bin, weil das so ein Wahnsinn war. Und dann halt am Ende so ein Play einfach, ich wusste, als der Touchdown passiert ist, dass Dan Campbell dafür gehen wird, weil es einfach Dan Campbell ist und der der aggressivste Headcoach ist in der NFL, was solche Entscheidungen angeht. Schon wieder ein Punt-Fack auch gelaufen übrigens im Spiel. Wo ich mir auch dachte, das stand gestern in der Zeitung, dass du das machst in diesem Spiel, weil warum die Cowboys das nicht wussten, ist mir auch ein Rätsel. Wobei es ein geiles Design war, weil die täuschen ja den, die snappen ja direkt zum Up-Man und der fake quasi den Lauf, das heißt, alle flauen runter und er wirft da noch einen Pass, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Aber ja, im Prinzip katastrophale Fehlentscheidung von den Refs, vor allem mit der Vorstory, wie es passiert ist und so. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, soll ich das einmal kurz erklären. Bitte komplett einmal durchgehen. Ich habe auch noch was dazu, was ein bisschen den Kontext reinsetzt, aber erzähl erst mal grundlegend, wie die Story passiert ist. Und ich kann nachher übrigens sagen, was die Liga dazu sagt. Ja, dann haben wir das Problem ja von allen Seiten analysiert. Also normalerweise hast du ja fünf O-Liner auf dem Platz, die dürfen den Ball nicht berühren. Wenn du einen sechsten O-Liner mit einer O-Liner-Nummer aufs Feld bringst, musst du dich als eligible markieren. Das heißt, du gehst zum Ref mit der weißen Kappe und sagst vorher, ich kann einen Ball fangen. Dann wird das laut angesagt im Stadion, dass auch die Defense weiß, dass jetzt dieser Mann auch theoretischer Ballempfänger ist. Ansonsten kriegst du eine Flagge, wenn dieser Mann den Ball berührt. Der sechste O-Liner ist normalerweise bei den Lions die Nummer 70, Dan Skipper heißt der Mann. Jetzt hat sich natürlich Dan Campbell und das ist natürlich geiles Coaching gedacht, okay, das ist normalerweise immer der Mann und dieses Play war extra ein Play genau für diese Situation. Deshalb sind die auch dafür gegangen, das haben die ganze Woche trainiert, wenn nicht sogar mehrere Wochen, dass du einfach probierst, die Defense zu verwirren, weil die wissen natürlich, im Scouting-Report steht, ey, wenn 70 reinkommt, kann es sein, dass der Mann den Ball fängt. Ist, glaube ich, die Saison auch schon passiert, wenn mich alles täuscht. Deshalb drehen wir das jetzt um, das heißt, er spielt quasi normal, rechter Tackle und Taylor Decker, der mal mit der 68, der am Ende den Ball auch gefangen hat, ist jetzt hier der eligible Receiver, weil er davon hofft, dass die Defense das nicht richtig hinkriegt. Das wurde anscheinend vorher auch kommuniziert mit den Refs, dass sie das wissen, was auch immer. Das Play findet statt, es gehen alle O-Länder zum Ref, erklären ihm wahrscheinlich genau diese Situation nochmal, dass diesmal Dan Skipper auch sagt, ey, ich bin nicht der Mann, sondern er ist der Mann, was auch immer. Gehen dann hin zum Play, aber dann passiert das Kritische, dass der Ref sogar ansagt, dass die 70 eligible ist. Das heißt, der Ref hat es einfach verkackt in dem Sinne, dass er es verwechselt hat. Es war jetzt hier nicht falsch announced und dann die Fehlerentscheidung, sondern er hat es einfach falsch announced. Das heißt, er wusste von Anfang an, hat es einfach falsch im Kopf gehabt, was es nicht besser macht. Aber theoretisch könntest du als Lions-Coaching-Staff und Jared Goff und was auch immer in dem Moment merken, ey, der Spieler, für den dieser Spielzug designt ist, ist jetzt gerade nicht announced worden. So, das ist nicht passiert. Und dann muss man auch sagen, die Cowboys hören ja auch nur, dass die 70 eligible ist. Sprich, die 68 war überhaupt nicht in der Passverteidigung mit einberechnet. Kann man den Cowboys jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil, woher sollen sie es wissen? Das heißt, der Ref sagt ja an, 70 und das ist ja für die Defense auch das Signal, die 70 ist eligible. Warum sollen wir die 68 covern? Deswegen, das ist von den Refs schlecht, logischerweise. Aber dann, was sobald passiert, sobald das Ding gecallt ist, ist dann einfach schlecht da, schlechtes, ich nenne es jetzt mal Coaching von den Lions, dass sie es nicht merken. Und den Cowboys kann man halt in dem Sinne keinen Vorwurf machen, weil sie es wussten nicht besser. Aber nichtsdestotrotz, wenn du halt vorher zum Ref gehst, dich vorher anmeldest, das Ganze vorher durchspricht, sollte das Ding nicht passieren und hat hier das Spiel entschieden. Das Ding, was ich da im Kontext setzen will, ist genau das, was du erzählst, was die Lions ja genau probiert haben, ganz gezielt. Also sie haben praktisch versucht, es so perfekt zu planen, dass genau das geklappt hat, was sie vorhatten. Nämlich, sie gehen ja nicht mit allen Offensive-Limen hin, sie bringen einen externen Offensive-Liner rein, um die sechs O-Liner zu haben, damit sie immer noch eine volle O-Line haben und stellen Decker dann nach ganz links außen. Und lassen alle drei O-Liner, die Nummer 70, den neuen O-Liner da reinkommt und Decker zum Ref laufen mit dem Ziel, das dann gesagt wird, man weiß nicht mehr, welcher O-Liner sich halt eligible callen lassen. Also dass man genau hören muss, wer eligible ist, damit man auch darauf hofft, dass wenn der Ref, das passiert ja ganz schnell, also wenn das passiert, so wie es da passiert, gehen die O-Liner hin, dann wird das einmal gecallt. Number 70 oder Number 68 ist eligible. Und wenn das die Defense nicht hört und darauf gehst du ja aus oder darauf hoffst du, dann funktionieren solche Dinge. Und dann hast du nur das Szenario von, okay, ist die sechs O-Liner, die 70 ist immer eligible. Also sie wollten ganz eindeutig diesen Fake auch machen, deswegen gehen drei O-Liner hin, damit halt nicht klar zur Erkenntnis, ah, die 68 ist es. Und die haben es halt so gut gemacht, dass einfach wirklich Folgendes passiert ist, sie haben den Ref gefakt. Sie haben den Ref halt out gefakt. Und das ist im Endeffekt, sag ich mal, der Plan ist Aufgang, nur bei den falschen Leuten. Und wir werden jetzt stark kritisieren, aber ich muss auch sagen, klar, man kriegt das alles vorher mit, aber auch in der Situation, man ist ja in der Reds, so eine spielentscheidende Situation, es kommen drei O-Liner auf dich zu, die vielleicht auch alle mit dir reden. Der eine sagt, ich bin eligible, der andere sagt, ich bin es nicht, so in der Art. Dass du dann einfach einen Fehler machst, der dann passiert, ist auf jeden Fall nichts Böswilliges dabei, ist ein Fehler, der dir nicht passieren darf. Aber nochmal, die Lions haben es schon auf die Spitze damit auch getrieben, was sie damit versuchen. Du hättest ja auch einfach sagen können, wir schicken nur Deck herüber, dann bist du hundertprozentig sicher. Da auch drei Leute zum Ref zu schicken, die alle mit dem reden, ist auch irgendwie, wie gesagt, du kannst es machen, finde ich aber dann auch zu viel des Guten. So provozierst du auch einen Fehler vom Ref. Ja. Es ist immer die Schuld vom Ref, weil man wisst, was ich meine. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, ich finde, die Wahrheit liegt halt wirklich irgendwie in der Mitte. Weil das ist auf der einen Seite, müssen mehrere Punkte, mehrere Punkte hier beachten, weil ich habe mir das ganze Thema im Nachgang nochmal ein bisschen angeschaut. Es wird ja gesagt, Dian Campbell hätte im Vorfeld mit den Refs darüber gesprochen, über den Spielzug. Da sagte Mike Florio, interessanterweise auch, die Frage ist ja wirklich, wie ist das Gespräch mit abgelaufen? Dian Campbell wird ja nicht vorm Spiel zum Ref gegangen sein und ihm gesagt haben, du hör mal, wir haben das und das Play so und so und so und so im Playbook, sondern er wird es auf eine gewisse Form halt irgendwie angerissen haben. Nee, doch, safe 100%. Safe 100% kann von uns eh keiner sagen. Du machst das auch Trick-Place. Aber warte mal kurz, das magst du gerne so als Meinung haben. Ich persönlich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Vor allem, sage ich dir ganz ehrlich, hätte er es ihm so genau erklärt, dann hätte dieser Fehler so nie im Leben auf dem Platz passieren dürfen. Deswegen, das beißt dich so ein bisschen. Das ist so ein Fakt, den können weder du noch ich jetzt gerade wirklich prüfen, was da passiert ist vorm Spiel mit den Refs. Ich sage mal so, im normalen Football, wir haben ja mit Frank Rose auch immer jedes Spiel Trick-Plays eingebaut und es ist völlig normal, gang und gäbe, dass du bei Trick-Plays oder bei Formationen, wo dir bewusst ist, dass du regelmäßig eingehst, die gehst du eins zu eins mit dem Ref durch. Der Ref kommt ja vorher zu dir und sagt, hast du irgendwas im Playbook, was heute Probleme geben soll? Erklär mir das bitte ganz genau. Und da machst du wirklich, dass das einzige Mal, wo du bei so und so was hingehst und sagst ganz genau, pass auf, das und das passiert. Ob er jetzt hingegangen ist und sagt, es kommen drei O-Liner auf dich zu, die Nummer 70, 68 und noch wer und einer call schon eligible. Das mag ich auch bezweifeln, dass das genauso passiert. Weil dann hätte, glaube ich, der Ref gesagt, ey, warum? Es kommuniziert nur einer mit mir. Das war das Play. Aber genauso angesagt wird und dass gesagt wird, die Nummer 68 wird sich eligible callen. Da gehe ich fest, fest, fest von aus, weil das völlig normales Football-Prozedere ist. Der Ref kommt ja wirklich vor jedem Spiel, geht ein Ref zum Coach und Head Coach und Koordinator und sagt, pass auf, habt ihr heute irgendwelche Trickplays drinne, wo ich irgendwas wissen muss, bitte erklär mir die 1 zu 1, damit wir keine Fehler machen. Ja, wie gesagt, es ist am Ende des Tages auch nur Spekulationen. Bei Florio kam nur raus, dass der Hauptref, der Ellen bei dem Meeting mit Campbell zum Beispiel auch gar nicht mit dabei ist. Also irgendwo gab es auf jeden Fall vorher auch einen Kommunikations-Gap, muss man auch nochmal dazu sagen. Da ist jetzt auch mal die Frage, was da jetzt war, ist, was nicht. Wer macht den Call am Ende, wer wirft die Flagge? Es ist ja auch nicht der Whitehead wahrscheinlich, oder? Was man, keine Ahnung, was man auf jeden Fall dem Ref jetzt, sag ich mal, nicht unterstellen kann, ist, dass er einfach verkackt hat, indem er was, was er nicht sieht. Das ist jetzt keine krasse Fehlentscheidung, dass er irgendwas nicht richtig erkannt hat. Er ist halt einfach, er checkt in dem Sinne, also er macht einfach einen mentalen Fehler vor dem Spielzug und diese technische Sache beraubt uns. Und das muss man als, probiere ich jetzt als neutraler Football-Fan, obwohl ich Cowboys-Fan bin, beraubt uns einer der Plays des Jahres. Also, dass ein O-Liner eine game-winning Two-Point-Conversion in so einem Spiel fängt und das Ding fängt, ein O-Liner fängt einen Pass und der Spielzug ist das Spiel entscheidend und das ganze Stadion rastet raus. Das ist eine Two-Point-Conversion für den Sieg. Das ist wahrscheinlich, wenn das Ding funktioniert, das ist ein Top-5-Play der ganzen gesamten Saison und dem Ganzen beraubt zu werden wegen einer technischen Sache, sag ich jetzt mal, oder wegen einer reinen Regelsache, die vor dem Play passiert, ist einfach schade, finde ich. Und damit können wir es dann, denke ich, auch belassen. Das war auf jeden Fall kein gutes Bild für die NFL. Und wie gesagt, eigentlich war es ein überragendes Spiel mit geilen Plays vorher. Also, ich weiß nicht, ob wir noch aufs Spiel weiter eingehen wollen. Die Crew ist übrigens auch suspendiert. Darf kein Playoff-Spiel pfeifen. Darf kein Playoff-Spiel pfeifen. Ich wollte übrigens noch zu deinem Punkt eben anpassen. Skipper zum Beispiel die Woche vorher. Also, der O-Liner, der sich normalerweise eligible meldet, vorher die Woche auch sechsmal zum Beispiel als eligible. Er ist in dem Spiel selber auch mehrmals als eligible Mann auf dem Platz gewesen. Florio hatte gesagt, das große Ding, und das ist jetzt nur der Punkt, vielleicht, womit wir es schließen können. Die Liga wird daran nichts ändern. Also, außer Liga-Kreisen kommt man zum Schluss, so wie es die Informationen sagen, das ist genau, was du halt sagst. Die Liga sagt, die Lions haben halt im Endeffekt es geschafft. Sie haben versucht, noch smarter zu sein, als sie hätten vielleicht sein müssen, haben damit die Leute verwirrt. Die Liga sieht darin zwar irgendwo auch den Fehler beim Schiri, weil sie ihn suspendiert werden, aber daran jetzt nichts verändern. Es ging am Ende wohl ganz konkret um dieses Handzeichen auf der Brust. Das ist total alber. Das war wohl diese offizielle Begründung, dass das halt nicht... Es ist alles sehr skurril. Ich mache es einem Ding fest. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist ein scheiß Fehler. Man kann ihm keine Böswilligkeit geben. Es ist ein hitziger Moment. Skipper meldet sich vorher sechsmal eligible. Auch die Refs stehen da unter Druck. Du gehst zu dritt da hin. Alles ist laut. Wer weiß überhaupt, wie viel der Ref hört. Du gehst mit drei O-Linern hin. Nimm ich ihm tatsächlich gar nicht mal krass so übel, dass er dann sagt, versehen ich dann die 70 nimmt. Wie gesagt, wir, glaube ich, eigentlich sind, du schreibst auf die Spitze ganz bewusst. Hast das geschafft. Halt nur bei der einen Person, wo es hätte nicht passieren dürfen. Und das beim Refs sonst.